Michael D. Eros gewährt ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Influencerin. Die Immobilienfachwirtin wurde durch ihre Teilnahme an der 11. Bach-Eloher-Staffel einem großen Publikum bekannt. Regelmäßig lässt sie ihre Fans im Netz seit Ende der Dreharbeiten an ihrem Privatleben teilhaben. Doch musste Michael in der Branche auch schon unschöne Erfahrungen mit falschen Menschen machen? Darüber sprach sie jetzt mit Promiflasch. Auf dem zweijährigen Geburtstag von Nelly Pistebrandt erzählte die 29-Jährige im Gespräch mit Promiflasch, dass sie sich über den Umgang in der Branche bislang nicht beschweren könne. Ich habe bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, dass man auch so ein gewisses Gespür für Leute mitbringt, die einem gut tun, erklärte Michael ihre Haltung. Obwohl die Kölnerin mittlerweile viele Freunde habe, die ebenfalls als Blogger tätig sind, wolle sie ihren Freundeskreis aus der Zeit vor ihrer Bach-Eloher-Teilnahme trotzdem nicht vernachlässigen. Das falle ihr manchmal aber ziemlich schwer. Was ich jetzt merke, ist, dass ich nicht die Zeit übrig habe, die ich gerne hätte für meine vorherigen Freunde, weil man super viele neue Leute kennenlernt, führte Michael weiter auf. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.